Blutverdünner können bei Covid-19-Patienten das Sterberisiko deutlich senken. Das berichten US-Mediziner nach einer Studie mit knapp 4.400 Teilnehmern. Demnach ging die Behandlung mit Blutverdünnern unter Berücksichtigung des Zustands der Patienten mit einer etwa halbierten Todesrate einher. Zudem war das Risiko für eine künstliche Beatmung um etwa 30 Prozent reduziert. Für die Studie wurden Patientendaten von März und April aus fünf Krankenhäusern in New York analysiert. Knapp 29 Prozent der Patienten, die therapeutisch mit Blutverdünnern behandelt worden waren und 26 Prozent derjenigen, die keine solche Arznei bekamen, starben allerdings. Berücksichtigten die Forscher aber Vorerkrankungen und andere Gesundheitsfaktoren der Teilnehmer, war das Sterberisiko der therapeutisch mit Blutverdünnern behandelten Patienten um 47 Prozent geringer. In jener Gruppe, die die Medikamente vorsorglich erhalten hatten, war das Risiko um 50 Prozent reduziert. Untertitelungρα cambirete CONSTITU zurück und начusot um 50 Prozent geringer. Und jetzt war das highlights, dieses Bildende Tarzan mit Blutverdünnern bei Knapp Untertitelung des ZDF, 2020